Kreuzbandriss Freud und Leid liegen bei den deutschen Skirennläufern weiter knapp beieinander. Dem Weltkapsieg von Josef Fürstl folgen das Olympia-Aus von Felix Neureuth her, und nun auch Stefan Luiz. Erst Felix Neureuth her, nun Stefan Luiz. Innerhalb von zwei Tagen sind den deutschen Skirennläufern gleich zwei der größten Medaillen-Hoffnungen für die Olympischen Spiele abhandengekommen. Keine 48 Stunden nach dem Jubel über den historischen Weltkapsieg von Josef Fürstl im Super-G von Gröden, machte sich der große Frust bei der deutschen Mannschaft breit, Luiz erlitt beim Riesenslalom in Alta Badia einen Kreuzbandriss im linken Knie und wird damit ebenso wie der am vergangenen Freitag operierte Neureuth her in Pyeongchang nicht starten können. Alpin-Direktor Wolfgang Mayer war nach der neuerlichen Hiobsbotschaft am Boden zerstört. Das frustet uns schon extrem. Da fehlen dir mit der Zeit die Worte. Jedes Mal, wenn wir uns anstrengen, kriegen wir wieder einen drauf. Da fragt man sich schon, was tut man da eigentlich, sagte er und ergänzte, Felix war schon eine harte Nummer und jetzt das. Neureuther hatte vor seiner Verletzung den Slalom in Leffy gewonnen, Luiz in Biverkrieg sowie Veldisere mit den Rangen 3 sowie 2 seine Ambitionen für Olympia unterstrichen. Nach nur vier Toren und neun Fahrsekunden hatte Luiz seinen Lauf auf der Grenrißer abgebrochen, offensichtlich mit Schmerzen im linken Knie. Der Allgäuer fuhr danach noch ins Ziel und saß dort niedergeschlagen in einem Zelt. Nach Zuspruch von seiner Freundin und Mayer konnte er zwischendurch sogar wieder scherzen und lachen, ehe eine erste genaue Untersuchung durch den österreichischen Mannschaftsarzt Christian Hose die Stimmung kippen ließ. Luiz wurde umgehend zu weiteren Untersuchungen ins 130 Kilometer entfernte Innsbruck gefahren. Dort oder in München wird er in den kommenden Tagen operiert. Nach einem bislang so verheißungsvollen Winter werden in Pyeongchang, 9. bis 25. Februar, wohl die aufstrebenden Abfahrer für die Höhepunkte sorgen müssen, ein Sieg durch Verschl, Hammer, ein dritter Rang durch Thomas Dressen, Mittenwald, dazu zahlreiche Topplatzierungen, man sieht, wir haben die Berührung zur absoluten Weltspitze gefunden, sagte Mayer nach der traditionsreichen Abfahrt am Samstag in Gröden. Am Tag nach Verschdiskur wurden die Abfahrer auf der Sasslung unter Wert geschlagen, Andreas Sander, Enne Petal, Dressen und Verschdel belegten nach sehr guten Fahrten die Ränge 12, 13 und 14, bessere Platzierungen verhinderten die Besonderheiten von Gröden, wenn es sonnig und kalt ist wie am Samstag, wird die Piste zunehmend schneller. Nur der überragende Axel Lundsvindal, Norwegen, dessen Landsmann Kirtiliansruth plus 0,59 Sekunden und der Österreicher Max Franz plus 0,83, blieben unantastbar. Ein Grödenrennen halt, sagte Alpine Direktor Mayer über den Verlauf des Rennens, allerdings spielten die besonderen Verhältnisse auch einen Deutschen nach vorne, Manuel Schmid aus Fischen im Allgäu fuhr mit der hohen Startnummer 43 auf Rang 16, im ersten Weltcup-Rennen seiner Karriere. Dabei verpasste er die Halbnorm für Olympia nur um 0,10 Sekunden. Und weil Dominik Schweiger, Königssee, es mit der Nummer 54 noch auf Rang 29 schaffte, erreichten sogar alle fünf Deutschen die Punkteringe, mehr als beachtlich. Neben Neureuther, Luitz, Dressen, Sander und Verschdel hatten sich auch Fritz Dopfer und Manuel Schmidts Bruder Alexander bereits für Olympia qualifiziert. Die beiden letzteren aber brauchen noch Zeit, Dopfer, auf dem Weg zurück von einem Beinbruch, fühlte sich in Alter Badia glatt überfordert, als 54. verpasste er den zweiten Lauf. Alexander Schmid wurde immerhin 26. es gewann, Massel Hirsche, Österreich, mit 1,7 Sekunden Vorsprung auf Henrik Kristofasen, Norwegen.